Machen wir hier eine kleine Einkaufsmeile, so hier, und hier, und dann machen wir hier nochmal eine, für die Unterschicht, machen wir da nochmal eine, machen wir hier nochmal zwei, bin ich gleich mal gespannt, wie die Häuser aus dem Boden sprießen, oder fliegen, weil anscheinend, es wird ja einigermaßen viel gebraucht, vor allem Kaufhäuser, sind anscheinend begehrt, und die andere Sache bei Sales Canis ist auch noch, ich muss alles anmalen, es geht nicht anders, es muss alles angemalt sein, es darf kein Pünktchen frei sein, da hab ich irgendwie einen Wahn, es muss irgendwie, weiß auch nicht warum, so, Zack, so, soll ja eigentlich passen, gell, dann könnte ich hier überall bauen, so, dann würde ich sagen, wir nehmen diesen Teil in Betrieb, wow, mal schauen, was es jetzt daraus sich ergibt, wird, wird auf jeden Fall geil, was wir jetzt auch gleich mal noch machen, ist, Monorail-Linie, sind das, ja, so, Linie erstellt, nice, ist ja jetzt auch die Frage, ach, die brauchen extra nochmal Strom, so, weil ich meine, die kriegen da drüben eh gleich Strom her, aber ich will ja natürlich nicht so sein, so, und sonst so, geht's euch allen gut, ich muss halt schon sagen, es sieht schon geil aus, aber jetzt mal so ein Screenshot oder so, F12, ein Thumbnail, hat schon irgendwie was, Moment, da fahren sie schon, Moment, es regnet halt, aber es hat schon irgendwie was, es hat schon was, so, Moment, ich speichere, ganz wichtig, bevor jetzt irgendwas passiert, der PC in die Luft geht oder so, ich will diesen Spielstand, diesen aktuellen Stand jetzt mal gespeichert haben, man kann ja nie wissen, Okay, wie sieht's hier aus, das Teil wird immer noch entleert, 51% voll, die arbeiten immer noch wie das Tier, der Müll wird immer noch gut abgeholt, das passt und kann das nochmal so weiterlaufen. Ist natürlich jetzt auch nur die Frage, ob jetzt die Strecke hier mit der Zeit vielleicht ein bisschen überlastet ist oder wird. Aber ich muss dir echt zeigen, das sieht unfassbar hässlich aus, also, wer sich sowas überlegt hat oder warum es keine unterirdischen Stromleitungen gibt, dann sieht es gar nicht, das ist doch wie Wasser, könnte man doch machen, verstehe ich nicht. Weil sowas hier ist doch unfassbar hässlich, die wollen ihre Ruhe haben auf dem Steg da drüben, wie auch immer die da rüberkommen, wollen sie doch nicht sowas haben, die Strom passen direkt nebenan. Okay, jetzt haben sie überall Strom. Okay. Mal schauen auf, ob die auch irgendwas bringen. Na, wie gesagt, stimmt ja, stimmt ja, stimmt ja, ich wollte die hier noch verbinden. Ist aber der Bahnhof da drüben. Ähm. Das wäre das hier, gell? Straßenbahn. Das wäre die U-Bahn. Ah. Dann wäre die U-Bahn ganz praktisch, oder? Wo ist denn die große Schnittzentrale? Ich glaube, hier. Jetzt haben sie doch neu gemacht. Eine U-Bahn. Das haben sie doch irgendwann mal neu gemacht, oder? Sicher. Eine U-Bahn überirdisch. Überirdisch. Das habe ich ja noch nie gesehen. Aber hey. Wenn. Warum dann nicht mal ausprobieren? Das haben wir da wieder runter. Gut, der drüben ist sie. So. Dann von hier nach dort. Und wieder zurück. Mal schauen, ob den Service irgendjemand beansprucht. Weil theoretisch wäre es ja möglich, weil hier ist halt der zentrale Schnittpunkt von denen. Die müssen eigentlich dann nur hierher laufen. Zur U-Bahn. Aber jetzt bin ich mal echt gespannt. Eine U-Bahn oberirdisch habe ich noch nie gesehen. Das ist die U-Bahn oder die Schwebebahn. Oder die Monorail. Weil nach und nach kommt hier die ganze Technik rein. Oh, da fliegt die U-Bahn. Okay. Cool. Ist das jetzt kein Riesenstück? Hätte man definitiv größer machen können, aber... Aber cool. Einfach so als... Einstellungsobjekt. Nice. Freut mich. Das passt. Aber da fahren sogar welche mit. Ich habe irgendwie das Gefühl, es fahren immer welche mit der U-Bahn mit. Immer. Ähm. Ja, gut. Also... Ich glaube, die bräuchten wir, kann man... Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Wie viel fahrt ihr damit? Wie viel fahrt ihr damit? Ähm. Bitte, was? Wie viel kommt jetzt da raus, wenn hier dann jemand rauskommt? Dann fühle ich mich leicht... Okay, jetzt... Da kommt einer an. Die steigen da aus? Oder wollen sie nur die Straßenseite wechseln? Was? Und dann geht's hier weiter? Oh, das ist ja voll geil. Das ist ja voll cool. Boah, cool. Okay, sowas... Sowas gefällt mir. Sowas gefällt mir, echt. Okay, jetzt baut sie da ein Haus auf. Aber wirklich, sowas finde ich echt cool, wenn ich sowas gebaut habe. Wenn... 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 Dass sowas überhaupt auch möglich ist. Ich finde das voll geil, weil... Ähm. Und das Coole ist, wir wissen auch immer, wenn jetzt eine Straßenbahn... Eine U-Bahn angerollt kommt und wieder wegfährt. Wenn man dieses Sichtfenster... Ähm. Was halt voll geil findet. Drüben fahren alle Leute von der Straßen... Schau, wie viele da noch ankommen. Fahren alle von der Straßenbahn her... Zur U-Bahn. Die U-Bahn bringt sie hierher... Und die verteilt sich dann auch nochmal auf diesem kleinen Stück Insel... Mit der Schwedebahn. Warum kommt denn da auch so viele raus? Ich finde das gerade voll geil. Ich finde das voll gut. Aber willst du mich verarschen? Das ist doch jetzt ein Witz, oder? Das ist doch ein Witz. Wie viel da einfach rein einsteigen. Aber ich meine... Mit der U-Bahn fahren irgendwie gefühlt... Ich habe schon mal damals... Ich weiß gar nicht... In irgendeinem anderen Display... In irgendeiner Staffel... Ist hier eine, glaube ich, Staffel 6 hier von CD-Scanals inzwischen... Ähm... Habe ich ja mal die ganze Stadt... Mit einer U-Bahn ausgestattet. Und meine Güte. Meine Güte. Die sind nur U-Bahn gefahren. Nur U-Bahn. Damals gab es doch noch nicht so viele. Ich glaube, da gab es nur U-Bahn. Nur eine U-Bahn an den... Anfangszeiten. Und ich meine halt nur... Ähm... Wie viele... Die U-Bahn generell... Benutzt haben. Wie jetzt? Da... Da laufen so viele runter... Und benutzen einfach die U-Bahn. Ich bin davon gerade voll begeistert. Weil ich das halt auch so spannend finde. Ähm... Das... Ich kann das überhaupt nicht erklären. Ich finde es unfassbar spannend... Wie halt... Wie man so einen zentralen... Punkt... Kreieren kann. Wo die Leute halt dann umsteigen. Die verschiedenen Verkehrsmittel benutzen. Ähm... Das finde ich echt gut. Wie viele halt dann auch ankommen... Und wieder U-Bahn mitfahren... Und was weiß ich. Aber wir müssten doch jetzt eigentlich... Echt viel Kohle damit machen. Also öffentliche Verkehrsmittel... Das müsste doch jetzt boomen. Auch dieser kleine kurze Weg hier. Ich weiß gar nicht, was U-Bahn ist. Aber ist U-Bahn das zweite? 1,2 Millionen oder was ist das denn da von U-Bahn? Dö-dö-dö-dö-dö. Das hier mit dieser Tür. Okay, 623.000. Also Straßenbahnen... Ist anscheinend das. Ja, kann man leider nicht drauf gehen. Ah, hier sieht man es ja nochmal. Leider sieht man jetzt nicht, was das genau ist. Das ist wieder blöd. Ich glaube Bus, Straßenbahn, U-Bahn, Schwebebahn, vielleicht das hier. Ja, aber das groovt sich ja ein. Siehst du, wie viel die hier... Und das meinte ich halt jetzt. Jetzt haben wir hier eine schöne Strandpromenade. So, ob das hier auch geht. Jetzt haben wir hier eine schöne Promenade. Die auch funktioniert, wo einfach schön aussieht. So geschwungen, geschnörkelt mit einer Straßenbahn. Naja, hier drüben mit einer Schwebebahn. Und das... Deswegen liebe ich sie, die Skylines. Deswegen liebe ich es. Straßenbauen, darf man abgesehen. Ist manchmal hässlich. Aber sonst finde ich das Spiel unfassbar schön. Wer aber zum Beispiel auch sowas machen kann. Nebenbei, das Becken ist bald voll. Es dauert zwar wahrscheinlich noch ein paar Folgen, aber... Es ist einfach nur geil. Damit würde ich auch erstmal sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge von City Skylines. Bleibt dabei. Und sei gespannt, was nächstes Mal dann so passieren wird. Deswegen danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss. Und bis bald.